Ein markanter Neubau, ein besonderes Objekt, eine gelungene Sanierung. Gepflegte Fassaden sind echte Hingucker. Für beste Ergebnisse verbindet Alligator jetzt viele Vorteile von mineralischen und Dispersionsfarben in nur einem Produkt. Orbit Hybrid Fassadenfarbe. Hybrid Technologie schreibt Zukunft, denn Orbit Hybrid Fassadenfarbe begeistert mit optimaler Haftung auf nahezu allen Untergründen, Langlebigkeit sowie einer herausragenden Farbbrillanz und Farbstabilität. Das sieht kein Hausbesitzer gern. Farben verblassen, die schöne Fassade war einmal. Nicht mit Orbit Hybrid Fassadenfarbe. Für besonders hohe Farbstabilität bindet das neuartige Hybridbindemittel Pigmente und Füllstoffe fest und dauerhaft ein. Eine optimale Farbtonauswahl bietet die Alligator Farbkollektion 5000+. Mit den hierin enthaltenen Farbtönen kann die bestmögliche Klasse A1 erreicht werden. Was schön ist, bleibt schön. Für lange Zeit, wie am ersten Tag. Plötzlich einsetzender Regen? Kein Problem für Orbit Hybrid Fassadenfarbe. Dank der schnellen Trocknung ist der Anstrich in wenigen Stunden regenbeständig. Während eventuelle Restfeuchte aus dem Untergrund weiterhin entweichen kann. Die hohe Diffusionsfähigkeit macht's möglich. Orbit Hybrid Fassadenfarbe haftet schnell und beständig auf nahezu jedem Untergrund. Ganz gleich ob Holz, Zink, NG-Metalle, Kunststoffe oder sogar Beton. Die im Material oft vorhandene Restfeuchte kann auch hier durch den Farbauftrag diffundieren. Schädliches Kohlendioxid hingegen wird sicher vom Untergrund ferngehalten. Das schützt den Beton zusätzlich vor Umwelteinflüssen. Apropos Schutz. Orbit Hybrid Fassadenfarbe ist durch die bewährte Gartechnologie von Alligator auch gegen Algen- und Pilzbefall sicher geschützt. Setzen Sie auf die Top-Eigenschaften von Orbit Hybrid Fassadenfarbe. Als Ergänzung für erstklassige Ergebnisse empfiehlt Alligator die Systemgrundierung Orbit Grund. Durch die verarbeitungsfertige Grundierung werden Feuchteschutz und Haftkraft auf kritischen Untergründen noch weiter maximiert. Das Risiko von weißlichen Verfärbungen bei neuen noch nicht endgültig ausreagierten Mineralputzen und Beton wird minimiert. Die Orbit Hybrid System Power überzeugt. Mit Orbit Hybrid Fassadenfarbe und Orbit Grund schaffen Sie einen schönen und farbstabilen Anstrich für lange Zeit. Untergründe spielen dank der Hybrid Technologie kaum eine Rolle. Orbit Hybrid Fassadenfarbe meistert sogar Beton, ist frühregenbeständig und schlagregendicht. Für perfekte Fassaden. Natürlich von Alligator.